Da ist der Event. Also ganz ehrlich, wenn bei euch jetzt die Trommelfelder platzen, hier oben steht ne fette Warnung, ja. Ich bin nicht schuld. Ah genau. So, ich habe einen Raum untersucht. Komm mir ins Zimmer drin. Der kriegt, der kriegt mich! Nein, geh weg! Oh Gott. Mama. Kannst du hier ein Foto machen, bitte? Hallo? Ja. Der haucht mir die ganze Hände in den Ohren, dieses... Oh mein Gott, nein, ich will nicht! Alter, da war die UV-Lampe dran. Ich will nicht mehr, ich will raus! Ja, mach schnell Foto! Okay! Ich werde von diesem Geist einfach vergewaltigt. Alter, da war auf 10 oben! Äh... Er hat ins Buch geschrieben, danke, tschüss! Er hat ins Buch geschrieben, danke, tschüss! Er hat ins Buch geschrieben, aber... Ja, das ist ein Arsch. Das EMF piept wieder. Ich hätte ein Foto machen können, ich Idiot! Ich habe ihn sogar gesehen. Oh Gott, er ist in der Titi! Er ist direkt hinter mir, oh mein Gott. Nein, fick dich. Lass mich rein. Schreib drin, schreib mir zu. Was hat da gelacht? Hast du es gehört? Nein. Was, echt nicht? Bitte lass mich jetzt nicht in Stich streamen, bitte. Aber es sind Minus gerade. Das hast du nicht gehört? Nein. Das war verdammt bitter, das muss doch noch irgendwer gehört haben. Bei mir im Stream. Bitte, Chat. Keine Finger abdrücken. Das klang so, als ob so ein gruseliger Clown gelacht hätte, ganz leise. Das war so creepy. Wie alt bist du? Nicht? Wieso hab das nur ich gehört? Jetzt hör ich schon Dinge, die es gar nicht gibt. Ach du Scheiße. Was warst du da? Entschuldigung, ich bin nervös. Komm her. Komm mal, es kriegt es immer lauter. Wie alt bist du? Ein Raum weiter. Fünf. Danke. Wie alt bist du? Ich muss mir ein bisschen strecken gerade. Da hat meine Schulter wieder gekracht. Ja, ich auch einmal ganz kurz. Wenn wir die ganze Zeit so da sind und man ist so angespannt, dann irgendwann muss man sich ein bisschen lockern hier. So, lockern die Schulter und die Arme ein bisschen bewegen. Gymnastik. Fitness Tutorial auf Twitch. Ich hab drauf gewartet. Ich find's lustig, dass wir alle drei eine Kamera in der Hand halten wie die ärgsten Paparazzis, Alter. Wie? Ich? Wenn du ein Foto machst von, äh, was ist mit der Tür los? Hä? Welche Tür? Was? Klar, was du willst. Hau das Gruzifix, ich darf die Tür besessen, Alter. Oho. Sollen wir nochmal rein? Ja, ist irgendwie, aber warte ich, check kurz du die Salty. Dann mach ich halt, stell mir einen anderen Namen aus. Ah. Dann halt, dann Fledermäuse mit V wegen Valerie. Okay, der ist gar nicht aggressiv für den Oni. Ja gut, der hat da geschrieben, während ich das Spruch im Inventar hatte. Gar nicht aggressiv. Der ist schon aggressiv. Der ist total harmlos. Total, der will nur spielen. Ja, das sagt man ja immer. Ja, der will auch nur spielen. Der hantet dich. Der ist tot. Oh mein Gott, ich geh ins Zipan und Zuber. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Pix. Why? Scheiße. Also derjenige, der von uns getötet wird, der andere macht ein Foto. Pix, wie kannst du mir das nur antun? Ich hab dich gar nicht mitbekommen, ich dachte ich wär alleine im Badezimmer, auf einmal seh ich so ein Arm, ich dachte das wär dann geil Boah, ich hab mich verjagt Huuu Fiechse ernsthaft, das nächste mal wenn du dich auch in denselben Raum versteckst wie ich, sagt Bescheid, ich hab mir grad, ich hab mich echt fastidios gemacht Ich dachte ich wär alleine im Badezimmer, auf einmal steht der neben mir So Boah, Alter Jaa Und schauen, dass wir, ähm, von Max die Leiche Das war ein Ziel Wo denn? Wo, wo, wo? Wo liegst du denn? Bin zweit n Stock Jaa In welchem Raum? Ah Die Position wäre zu merkwürdig Ich schmeiß mich weg, Alter Wie? Ja Wie, ganz Wie, ganz Wie, ganz Wie, ganz Ja, okay, da bist du... Alter, ich schmeiß mich grad weg, ich fang mich gar nicht mehr. Also, Max, man muss nicht direkt mit dem Kopf durch die Wand, das weißt du, oder? Das hab ich nicht gehört mit dem ganzen Auto-Geräusch. Dieser Moment, wenn man vom Geist so krass geschubst wird, dass man komplett mit dem Kopf raus ist. Ich blöde. Nein, ist kein Problem, ich schau noch mal im ganzen Haus, ich räuchere noch... Ah! Was war los? Und er ist genau vor mir gespawnt, ich wollte grad weiter ins Haus reingehen. Und auf einmal hat mich das kleine Kind verfolgt. Oh, kleine Kind. Aber es hat gesagt, dass es erwachsen ist. Ja, das mit dem Erwachsenen, das ist Puggy. holy shit alter das war richtig bam in your face gerade zu der frage ob ich grenzbehindert bin ja oh 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 wasser oh ja tragiges wasser mehr money more money